Hi, hier ist der Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie das in OpenOffice weiter mit den Füllzeichen bei Tabulatoren funktioniert. Einmal zeige ich euch, wie ihr Füllzeichen benutzen könnt, um eine Linie zu erzeugen, wo man später nach dem Ausdrucken zum Beispiel Daten eintragen könnte. Und dann zeige ich euch, wie ihr zum Beispiel Füllzeichen benutzen könnt, um einfach eine bessere Lesbarkeit zu erzeugen. Indem ich zum Beispiel hier den Produktpreis vom Produktnamen trenne. Und ihr wisst ja, wenn das ziemlich weit auseinander ist, also wenn der Produktpreis jetzt hier auf der rechten Seite ist, dann könnte man ja versehentlich schnell in die falsche Zeile kommen. Und wir werden die Füllzeichen benutzen, damit man halt viel besser erkennt, was zusammengehört. Starten wir am besten auch gleich mal durch. Ich habe ja jetzt meine Beispieldaten und ich möchte das zum Beispiel so, dass hier Vorname bis Unterschrift auch schon ein bisschen einrückt. Das heißt, ich markiere mir einfach hier diesen ganzen Bereich und kann jetzt zum Beispiel meinen ersten Tabulator setzen. Ich möchte einen linksbündigen, das ist ja auch schon eingestellt als Standard-Tabulator erst mal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei 1 cm hier mal reinklicke, dann wird mir der Tabulator auch genau gesetzt. Um die Einträge jetzt zur ersten Tabulatormarke zu bringen, brauche ich jetzt im Prinzip nur vor den Text klicken und dann einmal den Tabulator drücken. Und dann seht ihr, springt er natürlich zur ersten Tabulatormarke. Das mache ich bei den nachfolgenden Texten genauso. Zack, zack und zack. Und was ich jetzt möchte, ich möchte jetzt zum Beispiel, dass zwischen 5 und 10 cm so eine Art Linie eingetragen wird, wo Leute später dann halt beim ausgedruckten Dokument unterschreiben können. Das heißt, ich markiere mir hier nochmal den gesamten Bereich, setze meine Tabulatoren. Das heißt, ich kann jeweils wieder linksbündige Tabulatoren nehmen und zwar einmal bei 5 cm, klicke ich rein und dann meinetwegen bei 10 cm. Damit wir die Tabulatoren überhaupt erst mal sehen, klicke ich hier auf dieses Symbol, dann sehen wir nämlich die ganzen nicht druckbaren Zeichen und erkennen sofort, wo die Tabulatoren gesetzt worden sind. Um jetzt einzustellen, dass wir Füllzeichen haben wollen, können wir das nicht hier über dieses Lineal machen. Dafür müssen wir auf Format gehen und dann auf Absatz. Ich klicke hier rein, bekomme dann hier dieses Dialogfeld und hier müsst ihr natürlich auf Tabulator sein, also in dem Registerblatt Tabulator. Und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, welche Tabulatoren wir gesetzt haben. Wir könnten auch neue setzen, die hier löschen, den Typ ändern oder halt, was wir jetzt eben gleich brauchen, die Füllzeichen setzen. Damit wir gleich die Füllzeichen genau zwischen 5 und 10 cm haben, wähle ich mir hier diesen Tabulator aus, wo 10 steht und gehe auf Füllzeichen und wähle mir hier diese Füllzeichen aus. Und zwar hier sind das Unterstriche, die allerdings eine zusammenhängende Linie erzeugen. Das heißt, ich wähle mir das hier aus, klicke auf OK und momentan kann man noch nichts sehen. Das hängt aber damit zusammen, dass wir natürlich weitere Tabulatoren setzen müssen. Das heißt, ich gehe hier direkt nach dem Doppelpunkt hin, drücke einmal den Tabulator, bekomme dann hier dieses Symbol für Tabulator. Keine Unterlinie, also keine Linie zum Unterschreiben, die kommt jetzt erst. Das heißt, wenn ich jetzt noch einmal die Tabulator-Taste drücke, dann bekommen wir unsere Linie. Das gleiche machen wir hier beim Nachnamen, das heißt einmal geklickt, um zum ersten oder besser gesagt von hier aus dem zweiten Tabulator zu kommen, dann unsere Unterstriche zu erzeugen und das gleiche hier genauso. Zweimal raufgedrückt, zweimal die Tab-Taste gedrückt und fertig. Genau hier unten bei der Unterschrift, zack, zack. Und schon haben wir unsere Linien. Das heißt, wenn ich jetzt alles noch markiere, ich markiere das einfach jetzt alles nochmal, dann kann ich sogar hier oben die Tabulator-Marken verschieben. Ich muss das aber so machen, dass auch wirklich alles markiert ist, was sozusagen mit den Tabulatoren belegt worden ist. Das heißt, wähle ich mir das hier zum Beispiel aus, dann seht ihr, sind die hier sichtbar. Wähle ich mir das hier unten aus, genau das gleiche. Wähle ich mir alles aus, sollte das eigentlich auch sein, weil ich habe das in der Zeile genauso gemacht. Zack, zack, genau. Und ihr seht, die Tabulator-Marken sind zu sehen. Und wenn ich das zum Beispiel ein bisschen verschieben will, ja, dann mache ich das. Ich greife dann einfach diese Tabulator-Marke und mache das meinetwegen ein bisschen größer hier bis 13. Und ihr seht, das passt sich an. Und will ich das zum Beispiel ein bisschen näher an den Text haben, ja, dann kann ich das auch entsprechend hier rüberschieben. Ihr seht, total easy. Hier unten bei den Produktinformationen, habe ich ja gesagt, würde ich das so machen, dass eine bessere Lesbarkeit da ist. Das heißt, zwischen Produktname und Preis will ich jetzt im Prinzip Unterstriche haben oder Punkte. Ja, meistens hat man da Punkte. Ich glaube, bei größeren Dokumenten ist das meistens mit Punkten. Und ich mache das erstmal so, ich will erstmal den Produktpreis weiter rechts haben. Ich sehe gerade, da oben sind schon ein paar Tabulatoren gesetzt. Ich werde mal alle rausschmeißen, die da oben jetzt sind erstmal. Wir fangen von vorne an. Und zwar möchte ich, dass zum Beispiel hier bei dieser Seite der Produktpreis sozusagen rechtsbündig, hier auch ganz rechts angeordnet ist. Das heißt, ich wähle mir hier rechtsbündigen Tabulator aus, setze den Tabulator auch hier drüben hin. Das heißt, ich klicke hier einfach ins Lineal und schiebe mir das Ganze so ein bisschen nach rechts, am besten hier hin. Setze den Cursor sozusagen vor Produktpreis und drücke einmal die Tabulator-Taste. Dementsprechend wird er rechtsbündig angeordnet. Genauso wollte ich das haben. Bei den nachfolgenden Zeilen mache ich das so, dass ich einen Dezimal-Tabulator nehme. Und zwar so, dass der so gesetzt ist, dass man halt die Zahlen viel besser lesen kann. So ist das ja sehr unübersichtlich. Das heißt, ich möchte so die ganze Sache, dass die Kommastellen immer in der gleichen Position sind. Das heißt, ich markiere mir hier diesen Bereich wieder, wähle mir den Dezimal-Tabulator aus. Ihr seht, hier mit diesem kleinen Pünktchen und setze diesen Dezimal-Tabulator auch ziemlich weit nach rechts. Am besten so, damit die Nachkommastellen natürlich noch gut dahin passen. Zack. Und setze jetzt sozusagen vor den Preis den Cursor. Drücke einmal die Tabulator-Taste und genau seht ihr, hier ist jetzt die Kommastelle genau unter dieser Tabulator-Marke. Das gleiche mache ich hier vor der 500 und das gleiche vor der 200. Einmal reingeklickt, einmal die Tabulator-Taste gedrückt und dann passt das. Wir haben natürlich jetzt hier keine Füllzeichen und das ändern wir, indem wir hier diesen Bereich einfach mal markieren. Gehen dann wieder auf Format, dann Absatz. Und hier wähle ich mir jetzt für diese Tabulator-Marke Füllzeichen aus. Ich nehme diesmal hier diese Pünktchen. Ich glaube, das sieht immer am besten aus. Klicke auf OK und schon sind wir fertig. Das heißt, wenn ich jetzt etwas raussuche, Kamera, dann kann ich dieser Linie folgen und weiß ganz genau, hier ist der Preis. Bei den drei Zeilen hier ist das natürlich schnell zu überblicken, aber stellt euch mal vor, ihr habt ja 20, 30 Zeilen. Ja, da ist das schon ziemlich schwierig hier von der linken Seite bis zur rechten Seite das genau zu verfolgen. Also da kann man schnell mal in die falsche Zeile rutschen. Ich werde mal die nicht druckbaren Zeichen kurz ausschalten und so sieht das dann momentan aus. Und damit sind wir auch schon durch. Man kann natürlich bestimmt noch eine ganze Menge mehr mit den Füllzeichen machen, das ist ja auch nur ein Beispiel gewesen. Aber ich hoffe trotzdem, dass der eine oder andere mit dem Tutorial was anfangen konnte. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.